Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde zum letzten Teil dieses wunderschönen Guides und zwar geht es heute um Decks und Karten und welche Karten man sich als erstes aus das Schrägstrich Staub machen sollte. Ich gehe hier in diesem letzten Teil ein bisschen drauf ein, welche Decks gerade am besten sind, wie im Moment die Meta aussieht. Ich muss dazu sagen, Meta 27.10. ist jetzt hier der Termin, wo ich das Ganze aufnehme, also darauf ist jetzt die Meta bezogen. Welche Karten stark in der Arena sind und welche Karten vor allen Dingen auch stark im Ranked vorhanden sind und welche ihr vor allen Dingen dann aus das zuerst machen solltet. Wir fangen jetzt ganz relativ weit von vorne an, möchte ich sagen und bevor das losgeht, möchte ich sagen, ihr fragt euch sicherlich gerade so, hey Scroll, du hast doch gesagt, du hast es schon ewig lange aufgenommen gehabt und so. Und warum ist dann jetzt hier vom Stand 27.10. und Schlotternächt im Hintergrund und alles mögliche? Und Leute, das liegt daran, dass ich, wo ich das aufgenommen habe, tatsächlich noch eine andere Tierliste hatte. Und zwar war damals noch, das war vor dem Nerf und da war der Droide halt noch mit drei Decks in T1 und da habe ich mir gedacht, ja hey, theoretisch kannst du das nicht mehr raushändeln. Dann heißt es plötzlich so, hey, der Droide ist doch gar nicht mehr T1. Nein, es ist auch nicht mehr so, aber ich habe mir gedacht, jetzt wird es überarbeitet und wir machen das jetzt richtig und dann ziehen wir das jetzt nochmal durch und dann passt es hier so, Leute. So, genug geredet, wir legen los und zwar möchte ich anfangen mit Decks, damit ihr auch seht tatsächlich, okay, das und das sind die Decks, die sind in der und der Tierlist und dann können wir dann über die Karten reden, die wir halt am meisten auch in diesen verschiedenen Tierlists gesehen haben. Weil damit kann man halt am besten rausspielen, okay, diese Karte ist am meisten gespielt, diese Karte muss am meisten Value haben, was sich natürlich auch noch dann ein bisschen aufs Deck bezieht. Also können wir hier eigentlich mit dem ersten Punkt, können wir eigentlich komplett Decks, Karten im Ranked und welche Karten man sich zuerst bauen sollte abklappern, möchte ich mal sagen. Wir gehen also hier jetzt in die Collection rein, es sieht gerade im Moment so aus, ich bin jetzt hier auf einer Seite, die heißt Metabomb und das ist halt so das, wo ich halt eigentlich meistens nachgucke, von wegen wie es aussieht gerade in Halfstone, welche Decks denn gerade in der Tierliste relativ gut sind. Und ich möchte euch das gerade mal zeigen, ich habe das nämlich hier vorbereitet, liebe Leute, es sieht nämlich gerade im Moment, Moment, natürlich funktioniert das jetzt hier nicht, kann ich das mal kurz, ah, jetzt genau. Es sieht nämlich im Moment so aus, das sind hier jetzt gerade die Decks, die Top Halfstone Decks, Oktober 2017 und das fängt an mit dem Highlander Priest, mit dem Jade Druid, mit dem Temple Rogue, das sind die drei Top Tier 1 Decks. Dann kamen wir Tier 2 mit Agro Token Druid, was ich tatsächlich sehr, sehr krass finde, weil ich davon sehr, sehr wenige sehe in letzter Zeit. Evolve Shaman, Midrange Paladin, Murloc Paladin, Pirate Warrior, was ich auch sehr krass finde, nach dem Nerf, trotz des Nerfes, liebe Leute, ist der Pirate Warrior immer noch in der Meta drin, Tier 2, Secret Tempo Mage und Zoolog, was ich auch relativ cool finde, weil der Warlock war ja immer so eine Sache so, dass die alle Leute gesagt haben, der Warlock, der ist ja voll scheiße und sowas. Es ist tatsächlich so, dass er inzwischen wieder relativ gut in der Meta drin vorhanden ist, gerade durch Gul'dan oder sowas. Wir gucken uns jetzt als nächstes noch Tier 3 an, der besteht aus Agro Paladin, Big Priest, Control Mage und Midrange Hunter und das sind tatsächlich bis zu Tier 4, könnte man ungefähr sagen, dass man sagt, man könnte es auf Legendary schaffen und halt mit ein paar mehr. So, das ist also das, ich möchte tatsächlich jetzt mit euch über ein paar von den Decks reden und größtenteils, ja, Spiel, öffne dich mal bitte kurz wieder. Nein, 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 ich möchte kein Deck öffnen, so perfekt. Und so möchte ich mit euch jetzt hier über ein paar Decks reden und zwar gerade über die Tier 1 und Tier 2 Decks möchte ich am, die sind mir tatsächlich am wichtigsten, dass wir darüber sprechen, weil die können wir dann auch sehr, sehr gut vergleichen und können sagen, hey, guckt mal, so und so sieht das gerade aus. Ich nehme als Beispiele nämlich tatsächlich Decks, die ich auf Halfporn teilweise gefunden habe und teilweise Decks, die ich halt selber spiele, wie den Highlander Priest und so weiter und so fort. Wir starten also direkt, Tier 1 besteht ja aus Highlander Priest, Jade Druid und Tempo Rogue. Es sind also die meistgespieltesten Decks tatsächlich, die wir auch gerade sehen, das können wir auch über Halfporn nachgucken, wenn wir hier jetzt reingehen und sagen, halfporn.com, können wir hier das ganze easygoing hier rüberziehen. Jetzt muss ich wieder die Liste hier anmachen, zack, dann seht ihr hier unten, seht ihr die meistgespieltesten Klassen im Moment und die besteht halt aus dem Rogue mit 12,2%, aus dem Priest mit 14,69%. Hier sind jetzt der Hunter und der Mage relativ ausgeglichen, aber das liegt glaube ich gerade, dass die HCT glaube ich im Moment war, wenn ich das richtig weiß. Ja genau hier, HCT Summer Champion und ich glaube der Champion hat irgendwas mit den zwei Decks hier zu tun, dass die gewonnen haben. Aber ansonsten Priest, Hunter und Druid, seht ihr, sind alle relativ Value Karten und das sind halt die absoluten Tier 1 Decks und manchen Leuten ist halt teilweise auch einfach zu langweilig Tier 1 Decks zu spielen. So, genug also von Halfporn, wir gucken jetzt wieder hier rüber, wieder zack in die Aufnahme rein, wieder hier reinklicken, das ist der Bildschirm wieder zappt, Bildschirm bitte, danke. Und zwar gucken wir rein, Tier 1 Deck Nummer 1, der Highlander Priest, ein sehr sehr interessantes Deck, weil es halt sehr sehr viele Karten spielt aus Gadgetzahn und tatsächlich neue Karten. Es besteht zum größten Teil aus Removal und es sind halt wirklich Karten drin, die wir sonst immer nur aus den Standard Decks tatsächlich teilweise gekannt haben. Sowas wie Novizen Engineer oder Acolyte of Pain, wo haben wir noch hier, wen haben wir noch? Genauso hier, Kabal Shadow Priest, das sind tatsächlich Sachen, genauso Mind Control, das sind tatsächlich Sachen, die man teilweise einfach nicht in solchen Standard, Standardmäßigen Decks spielt. Der Highlander Priest ist so aufgebaut, dass man halt jede Karte nur einmal drin haben muss, das Kazak ist triggert, das ist halt auch meistens mit eine der Win Conditions, weil er halt so viel Value bringt tatsächlich. Und ja, ansonsten sind halt sowas wie Tar Creeper drin, es ist Shadow World Horror Dream, Priest of the Feast, Lyra, Raza ist ja eine sehr sehr wichtige Karte und nicht zu vergessen Anduin. Unduin ist wahrscheinlich eine der meistgespieltesten Priest Legendaries von dem Zeitpunkt an, wo es rausgekommen ist. Ich meine, wenn wir uns das mal angucken, wir gehen mal auf... Moment, kann ich das nicht? Ah, da müsste ich ein neues Deck machen, aber wir können jetzt hier Legendary machen. Legendary, dann gehen wir auf alle Karten und dann gehen wir auf den Priest und dann sehen wir hier, okay, mir fehlen tatsächlich noch ein paar Stück, aber Lyra, könnte es sein, dass Lyra genauso oft gespielt worden ist, aber ansonsten Lyra und Shadow Reaper Anduin sind wahrscheinlich die zwei meistgespieltesten Karten und die zusammen vereint in diesem Deck, machen das Deck wirklich, wirklich, wirklich stark. Das heißt also, liebe Leute, wenn ihr euch für Control Decks interessiert, wenn ihr Control Decks gerne spielt, euren Gegner overwhelmen möchtet mit einer Power, die ihr halt einfach besitzt über viel Removal und alles mögliche und ihr klaut eurem Gegner Sachen und so, dann ist dieses Deck tatsächlich genau das Richtige für euch. Problem nur an der Sache ist, es kostet unheimlich viel Staub und es hat aber dafür auch nur zwei, drei, vier, fünf, sechs Legendaries drin. Also ihr mächtet sechsmal 1600, ist schon eine ganze Ecke Dust, das heißt also, eins der teureren Decks ist aber dafür auch ein umso stärkeres Deck, sonst wäre es nicht Tier 1. Wir gehen weiter zum Jade Druid, äh, doch, doch, der Jade Druid, den habe ich tatsächlich nicht mal da, weil ich im Moment kein Jade Druid spiele, weil ich die tatsächlich immer noch ein bisschen ärgerlich finde. Deswegen machen wir das anders, wir gehen auf unsere Lieblings-Tidal-Hearth-Porn und gucken mal, was wir denn da hier finden, Token Legend with Jade. Das klingt doch ganz gut, 9000 Dust, das ist auch nicht zu teuer, hier haben wir sogar noch Wind Conditions mit drin. So, gucken wir uns das Ganze also mal hier an, an dieser Stelle, zack, und da sehen wir auch das Decks, das Deck ist jetzt hier gerade vom, äh, Lithium KD. Und es ist ein sehr, sehr interessantes Deck, weil ihr seht, es ist halt aufgebaut wie so ein richtig alter, wirklich ein richtig, richtig alter Jade Druid, nur halt, dass, ähm, das Ding hier fehlt, wie heißt es nochmal hier, Innovate, und dafür reingepackt wurde... Wurde der Mirekeeper dafür reingepackt? Oder der Doomsayer, ne, Doomsayer haben sie vorher schon gespielt. Medivh wurde auf jeden Fall einmal reingepackt. Medivh und Mirekeeper wahrscheinlich, würde ich jetzt mal so schätzen, frei aus der Blume raus. Sind die Karten, die Innovate jetzt ersetzen? Ich finde das Deck tatsächlich sehr, sehr stark, und, ähm, ihr seht auch wieder hier an den Dust-Kosten, die Dust-Kosten seht ihr hier oben, 9500 Dust, das ist schon sehr, sehr viel. Es sind halt auch wieder 1, 2, 3, 4 Legendaries drin, die gespielt werden, und immerhin noch 1, 2, 3, 4, 5, 5 Epics, also da muss man schon sagen, das ist schon relativ viel. Trotzdem ist das Deck sehr, sehr schön, weil es funktioniert halt wie ein typisches Jade-Deck. Man holt sich seine kleinen Jades raus am Anfang und macht die dann immer größer und größer, und man versucht einfach den Gegner komplett, die ganze Power, die er sich eigentlich erzeugen kann, einfach komplett rauszunehmen, indem man Spreading Plague aufbaut, indem man mal Furion raushaut, indem man sich schnell genug in diese Richtung rampt über Mirekeeper, Jadeblossom und Wildgrove. Das heißt, man kann schon relativ früh, vielleicht auf Turn 7 oder Turn 8, kann man Ultimate Infestation spielen. Wenn man auf Turn 3 zum Beispiel schon Norrish rauskriegt und dann nochmal 2 extra Mana-Kristalle kommt, ist man noch schneller. Man kann mit dem Jade-Druid, also mit dem Ramped Jade-Druid, kann man so unglaublich schnell sein, liebe Leute, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und deswegen ist dieses Deck halt auch einfach unglaublich gut, und besonders, wenn ihr dann auch noch Medivh rauskriegt, da im Moment der Ooze überhaupt fast überhaupt kein Play sieht, also der Ooze, wer schon länger Horst und spielt, das ist dieser 2-Mana-3-2er-Schleim-Blob, möchte ich ihn mal nennen, der eine Waffe zerstört. Da der halt überhaupt nicht gerade Verwendung sieht, ist Medivh so eine gute Karte. Und dann stellt euch mal vor, ihr spielt Turn 8 Medivh raus, könnt Turn 10 dann, auch wenn das jetzt erst zwei Züge dann erst ist, dann könnt ihr auf Turn 10, könnt ihr Ultimate Investation spielen, kriegt dadurch einen 5-5er Ghoul, macht 5 Schaden, zieht 5 Karten und kriegt 5 Armor, und dann triggert noch der Stab von Medivh und beschwört eine Kreatur, die 10 Mana kostet. Das ist schon relativ stark, liebe Leute, das sind meistens Legendaries, und deswegen kann da schon ziemlich sicker Shit passieren. Das Deck ist sehr, sehr gut, sehr, sehr stabil auch. Ihr seht hier die Win-List, ich glaube, es hat gegen kein einziges Deck irgendwie mehr Looses als Wins, was ich sehr, sehr krass finde. Und wir haben hier wahrscheinlich auch das von einem sehr, sehr starken Spieler, muss man dazu sagen. Ich finde es trotzdem echt gut. Ich finde es auch cool, dass er den Druid hier nicht aufgegeben hat, möchte ich mal sagen, weil es haben viele Leute leider gemacht, nachdem der Nerf gekommen ist. Aber anscheinend kämpft sich unser Druid stark wieder an die Oberkante des Decks. Ihr seht also, im Druid sollte man auf jeden Fall Fandral und Malfurion spielen, und wenn man jetzt halt noch ein Jade Druid sein soll, dann meiner Meinung nach auf jeden Fall Arya. Ja, das sind so die drei Legendaries, die ich euch auf jeden Fall hier empfehle. Ultimate Infestation ist auch ein Muss für dieses Deck tatsächlich, und halt alle kleinen Jade Sachen. So, das war es also jetzt hier an dieser Stelle mal kurz mit dem Druid, dass wir das abgehakt haben, der gute Jade Druid. Dann kommen wir weiter zum Tempo Rogue. Das ist tatsächlich ein Deck, was ich selber auch spiele. Ich habe hier theoretisch sogar drei Varianten, wenn ich es richtig weiß, und zwar gerade den Tempo Pflanzen, den Tempo Rogue Normal und den Tempo Corpse. Also ihr seht, hier gibt es schon mal ein bisschen Varianten. Wir fangen erstmal an mit dem Tempo Rogue Normal. Tatsächlich spielen manche Leute noch Shaku drin, ich finde aber Shaku... Shaku ist schon eine Value-Karte, aber ich habe ihn ersetzt hier durch... Was habe ich hier nochmal gesetzt? Genau, ich glaube durch den Shadowcaster, wenn ich mich richtig entsinne. Hier seht ihr auf jeden Fall, wie ein Standard-Agro-Deck gerade aufgebaut ist. Ihr habt die Pirate-Kombo drin, ihr habt die Firefly drin. Also Pirate-Kombo ist meistens Patches plus Deckhand oder Patches plus South Sea Captain. Das ist die Pirate-Kombo. Das ist tatsächlich ein bisschen ein Pirate-lastigerer Tempo Rogue, aber das ist auch ein bisschen gefährlich, weil ihr euch immer überlegen müsst, okay, desto höher, desto teurer die Pirates sind, desto schlechter ist es halt, wenn der Gegner den Golaka Crawler rauskriegt und den dann fressen kann. Ansonsten halt die typischen Karten, die halt reingehören. Prince Kalluseth ist hier gerade die Legendary to play in einem Aggro-Deck. Ihr macht halt einfach keine Two-Drops rein und dann geht dieses Deck ab wie Schmidts Katze, möchte ich mal sagen. Und ja, wir haben noch einen Leeroy als Finisher, den wir noch bouncen können. Wir bouncen natürlich Kalluseth, wenn möglich, so oft wie möglich, dass wir einfach alles buffen können. Und wenn wir das zweimal meistens gemacht haben, surrendern die Gegner direkt instant. Wildspine Slayer ist natürlich auch eine Sache, die wir sehr, sehr gerne shadow casten möchten oder natürlich auch hier shadow steppen. Oder schlussendlich eine Karte, die ich fast in jedem Deck euch tatsächlich empfehlen würde zu spielen, ist die Bonemare. Sie ist zwar nur eine Ankommen, sollte aber tatsächlich Legendary eigentlich sein, weil sie sieben Mana, neun, neun mit Thorn theoretisch. Und das ist, das ist overwhelming, möchte ich sagen, liebe Leute. Ihr spielt Turn 8, spielt ihr eine einzelne Firefly raus, die 1, 2 ist. Und für sieben Mana macht ihr sie zu nur 5, 6er Taunt Firefly. Das ist, das ist wie wenn dann plötzlich eine Firefly kommt, die einfach 5 Köpfe größer ist als ihr und euch dann mit ihrem komischen, mit ihren Feuerpatsche Händchen das Gehirn einschlägt. Sehr, sehr krass, sehr, sehr stark dieses Deck. Wirklich gut zu spielen. Sehr, sehr aggressiv. Die einzige Problematik ist nur, dass es von, wenn es, wenn es keinen aggressiven Start hat, also wenn ihr irgendwie 4 Karten in diesem Bereich hier zieht am Anfang oder 3 Karten in diesem Bereich hier zieht, dann seid ihr wirklich arm dran und dann kann ich euch auch sagen, funktioniert es nicht so optimal, irgendwie hier nochmal Fuß zu fassen. Aber es ist nicht oft so. Wir gehen weiter zum Tempo Pflanzen. Der Tempo Pflanzen Rogue ist tatsächlich nicht auch viel anders, nur dass ich einen Shara Sin hier reingepackt habe und noch einen Spellbreaker anstatt den Pirates hier, die wir da drin haben. Ist also keine so große Veränderung. Also anstatt den teureren Pirates tatsächlich. Ansonsten spielt sich es gleich. Wendish habe ich noch einmal drin, was ich sehr, sehr gut finde. Einfach, weil wir damit auch theoretisch Kalluseth und alles mögliche bouncen können. Ist also theoretisch ein ähnliches Deck und spielt sich auch sehr, sehr stark, muss ich sagen. Meiner Meinung nach ist das ein bisschen die bessere Variante, weil man halt weniger Pirates hat, weil der Gulaka-Crawler gerade total overplayed wird und weil wir sehr, sehr viele billige Spells haben, um Shara Sin hier nochmal irgendwie zu triggern. Und stell euch mal vor, ihr kriegt irgendwie eine 6-4er Shara Sin oder sowas raus. Das ist sick, Leute. Das ist richtig, richtig sick. So, wir kommen zum letzten Tempo-Deck und zwar der Tempo-Corps-Rogue. Ist tatsächlich eines der komplett neuen Rogues und spielt sich komplett anders. Ihr seht hier Karten. Deswegen finde ich dieses Deck so absolut cool. Ihr seht hier drin Karten, die normalerweise kein Stückchen Play bisher in der Meta gesehen haben. Zumindest nicht seit Anfang der Classic-Meta, möchte ich mal sagen. Weil hier sind nämlich Karten drin wie Origin Commander. War damals in der Classic-Meta, glaube ich, ein paar Decks drin, wo man ihn spielen konnte. Ansonsten hat er nie wieder Play gesehen. Fand ich relativ krass. Es wird inzwischen auch gespielt hier so Sachen wie der gute Stormwatcher. Das sind so die zwei überraschendsten Karten. Problematik an dem Deck ist tatsächlich, wenn man die am Anfang auf der Hand hat, ist es richtig, richtig scheiße. Weil man versucht natürlich über diese zwei Wörter, die hier haben. Also er hat jetzt zum Beispiel Divine Shield und er hat hier Windfury. Versucht er natürlich den Corpse-Taker zu triggern. Der Corpse-Taker ist hier die namensgebende Karte für dieses Deck. Und man versucht halt darüber, sich so unendlich viel Value zu machen. Man versucht optimalerweise Turn 1 was rauszuspielen, irgendwie was. Turn 2 bringt man dann auch irgendwas raus, wie zum Beispiel am besten Kalaseth. Turn 3 dann Targ-Creeper und Turn 4 hat man dann einen fetten, fetten Corpse-Taker, der meistens 4-4 ist, wenn Kalaseth getriggert hat, drauf. Mit Taunt, Divine Shield und Windfury. Und das ist so der absolute Wahnsinn, weil es sind vier Mana, sechs Damage, die er machen kann. Man kann ihn nicht so einfach zerstören und er hat dann auch noch Taunt. Supergeile Karte, supergeiles Deck. Wunderschön zu spielen, meiner Meinung nach. Damit bin ich jetzt auch dieses Season auf Rang 10 gekommen bis jetzt, werde er damit noch ein bisschen weiter ranken. Es ist tatsächlich sehr, sehr positiv, also man kann es positiv anrechnen, hier diesem Deck, dass viele Leute halt einfach nicht darauf vorbereitet sind, wie dieses Deck hier zu spielen ist, wie man gegen dieses Deck hier spielt, weil sehr, sehr wenige Leute hier irgendwie das Auge darauf haben. Ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Ihr seht hier, beim Rogue sind es meistens dieselben Legendary Street drin sind. Kaliseth auf jeden Fall, aber das kann ich euch sagen, den braucht ihr für jedes Agro-Deck im Moment. Patches, klar, Patches ist auch für jedes Deck mit Piraten drin, ist es optimal. Und nicht zu vergessen, Van Cleave muss auch gerade in jedem Deck drin sind. Ansonsten noch Sharku kann ich euch empfehlen. Wenn ihr den habt, könnt ihr den auch sehr, sehr gut hier reinbauen. So. Und natürlich Bonemail, Leute. Die Bonemail dürft ihr auf jeden Fall nicht vergessen. Das war also das wunderschöne Rogue-Deck Tier 1 und jetzt kommen wir zu Tier 2. Was ihr jetzt hier schon gesehen habt, das sind schon sehr, sehr viele Karten, die sehr, sehr ähnlich sind tatsächlich zueinander, die ihr brauchen könnt. Wie zum Beispiel Bonemail, Kaliseth, Patches. Gut, für jedes Jade-Deck braucht ihr Aya. Für jeden Priest, in Anführungszeichen, der gerade gespielt wird, habt ihr Anduin drin, habt ihr Rasa drin, habt ihr, wie heißt sie nochmal hier, Lyra drin. Das sind, wenn ihr, es ist tatsächlich so ein bisschen so Rassen, äh Quatsch, Rassen bezogen, sag ich schon. Ja gut, es sind auch theoretisch hier Rassen, wenn man sagt Elfen und Orks und sowas, aber ich meine natürlich klassenbezogen. Der Priest hat feste Legendaries, die er drin spielt, zum Beispiel sowas wie Thalnos. Thalnos wird auch meistens in jedem Deck gespielt, wo man irgendwie Spell-Damage anrichten kann. Der gehört natürlich auch noch dazu und den werdet ihr auch auf jeden Fall noch ein bisschen öfter sehen. Aber jetzt wollen wir mal weitergehen. Wir haben den Aggro-Token-Druid. Und der Token-Druid, ich glaube tatsächlich, da habe ich im Moment keinen, weil ich Druid gerade einfach nicht spiele. Das heißt also, wir greifen wieder auf unser allmächtiges Werkzeug zu, und zwar Half-Pawn. Und gucken da mal rein, was der Druid uns gerade sagt. Okay, wir haben hier, äh, Tier 1, Tier 1, Greedy, Greedy. Ach ne, das ist nochmal hier eine Tierliste für den, für den Sting-Deck. Ne, wir wollen hier mal weitergehen mit, ähm, ach komm hier, den, den finde ich ganz lustig tatsächlich. Den habe ich auch schon gespielt. Es ist ein, äh, ein echt lustiges Deck, möchte ich mal sagen. Einfach weil, es ist eine Karte spielt, die man so eigentlich noch nie gesehen hat. Und zwar machen wir jetzt hier ein bisschen Schleichwerbung für den guten, für den guten Rags-Hires. Und zwar spielt er hier ein echt cooles Deck hier mit, ähm, dem Aggro-Deck. Und es ist einfach eine Karte drin, die man eigentlich noch nie hier gesehen hat, und zwar der Snowflipper-Penguin. Denn, tatsächlich weiß ich nicht, was der in diesem Deck zu suchen hat, aber er ist halt einfach nicht schlecht. Klar, man könnte ihn wahrscheinlich optimal ersetzen, möchte ich mal sagen, durch den, durch den, ähm, Argent Squire. Einfach weil der Argent Squire hier an der Stelle Divine Shield hat. Aber man möchte ihn hier drin spielen, weil er ein Biest ist für null Mana. Und das ist sehr, sehr gut meiner Meinung nach auch, weswegen man ihn hier sehr, sehr gut spielt. Ihr seht, hier ist nur eine einzige Legendary drin, liebe Leute, und zwar Patches. Gerade, weil es halt hier relativ aggro ist. Und dazu gehört natürlich hier wieder das Pirate-Package. Das ist jetzt hier wiederum ein anderes, und zwar ist es das Bloodsail Corsair-Package. Ähm, das spielt man tatsächlich, wenn man selber keine Waffen hat und dann hier irgendwelche Waffen wegmachen muss. Ähm, sehr, sehr cool tatsächlich, finde ich. Er spielt sogar tatsächlich auch zweimal den Golaka-Crawler und zweimal die Bittertide-Hydra. Ich finde Bittertide-Hydra ist ein bisschen problematisch. Würde ich tatsächlich nur einmal spielen, weil sie wird oft dazu genutzt, um euch selber zu töten und der Gegner. Und ihr könnt halt dann einfach nichts machen, weil sie euch halt immer drei Schaden macht pro Hit. Klar, wenn ihr sie aufs Leere im Board kriegt, wo der Gegner nicht mit ihr handeln kann, ist es meistens ein GG. Aber wenn der Gegner es halt handeln kann, dann ist es meistens für euch schon längst vorbei. Ich finde das Deck tatsächlich trotzdem sehr, sehr gut, weil es halt, ihr seht hier, wir haben, wir haben zwei One-Drops. Also wir haben vier One-Drops, wir haben sechs One-Drops, wir haben, ähm, acht One-Drops. Theoretisch sind es ja zehn One-Drops, elf One-Drops, die wir spielen können und viel mehr Two-Drops. Wir haben hier zwei, vier, sechs Two-Drops, sechs Two-Drops, äh, ja, wir haben mehr One-Drops als Two-Drops, hört mir gerade so auf. Aber es ist halt optimal. Es ist halt ein ultraschnelles Deck. Ihr braucht nicht viel Dust. Ihr seht gerade hier oben, es kostet 4.440 Dust. Also das ist nicht die Welt. Und damit kann man auf jeden Fall hoch steigen, liebe Leute. Die Win-Rate könnten wir jetzt hier mal kurz checken. Ich gucke mal ganz kurz hier drauf. Ihr seht, hier Win-Rate gegen den Priest, äh, gegen den Rogue ist sehr, sehr hoch. Gegen den Warlock nicht so hoch, weil der Warlock viel Removal hat. Viel AOE-Removal vor allen Dingen. Ihr müsst es immer ein bisschen vergleichen. AOE-Removal ist gerade ultra, ultra wichtig in dieser Meta. Ähm, besonders da jetzt die aggressiven Dudes wiederkommen, wie Rogue oder, oder Druid oder sowas, ist es schon relativ wichtig. Ihr seht, die Win-Condition ist schon relativ hoch, äh, die Win-Rate ist schon relativ hoch. Aber, ja, ist auf jeden Fall tatsächlich ein sehr, sehr lustiges Deck. Muss ich auch mal wieder spielen. Ich muss mal hier auch wieder gucken, ähm, wie das Ganze ist. Ihr seht wieder, wie gesagt, eine Legendary drin. Patches ist tatsächlich dadurch, dass es halt eine, ähm, eine, alle Klassen Legendary ist, ist ja halt eine der meistgespieltesten Karten tatsächlich. So, weiter geht's mit einem Deck, was ich überaus liebe tatsächlich, weil ich es sehr, sehr gerne spiele, aber in der Zeit auch ein bisschen weniger, weil es meiner Meinung nach nicht gerade so in der Meta drin steht. Und zwar handelt es sich dabei um, schnell wieder in die Aufnahme reinschalten, um den New Evo Devo Decay. Okay, ähm, tatsächlich ist er so aufgebaut, wie ich ihn jetzt hier gehabt hab, ähm, oder tatsächlich ist er meistens so aufgebaut, wie ich ihn hier jetzt tatsächlich spiele, mit, äh, wie der Pirate Package. Ähm, darf man natürlich nicht vergessen. Das spielt man eigentlich überall hier, wenn man hat die Wolf drin. Man hat natürlich die Wolf drin, Flametang Totem, Jade Claw. Und ihr seht tatsächlich schon, dass hier zwei Legendaries, drei Legendaries gespielt werden. Und das sind halt auch gerade im Moment die meistgespielten Legendaries tatsächlich in jedem Schamanen. Dadurch, dass es im Schamane gerade nur zwei Arten gibt, und zwar hier den New Evo Devo. Und nicht zu vergessen, den irgendwo auf Tier 4, Tier 5 oder irgendwo so weit unten, ist noch der, äh, ich kann mal ganz kurz hier gucken in meiner Liste. Ne, tatsächlich noch, tatsächlich noch weiter unten, jetzt muss ich mal ganz kurz husten. Ähm, dort irgendwo gammelt dann der Elemental Schamane rum. Also das ist tatsächlich kein so wirklich gutes Deck. Ich empfehle euch wirklich, wenn, dann das hier zu spielen. Ähm, mit dem könnt ihr sehr, sehr viel erreichen, tatsächlich. Es ist ein sehr, sehr starkes Deck, besonders durch die Doppelgangster, Doppelgangster, ähm, Evolve-Kombo. Könnt ihr hier extrem viel rausholen. Es ist nicht so teuer von den Dust-Kosten her, wenn ihr die Legendaries rauslasst. Die braucht ihr nämlich tatsächlich hier in diesem Deck. Meiner Meinung nach sehr, sehr wenig bis gar nicht. Und dann, selbst dann ist es noch ein relativ starkes Deck, wenn ich so, wenn ich ehrlich bin. Wie gesagt, Legendaries immer noch Patches, Aya und, äh, Thrall. Aya ist halt echt für jedes Jade-Deck einfach ein Muss, muss man dazu sagen. Und ich finde tatsächlich, Patches ist einfach auch für jedes Agro-Deck hier wieder ein Muss. Ihr seht an anderen Karten, Firefly wird sehr, sehr häufig gespielt. Genauso wie der Stonehill Defender wird auch extrem häufig gespielt. Das sind auch so Karten, die ihr euch auf jeden Fall vormerken müsst. Das ist also der Schamane gewesen. Wir springen weiter zu einem Deck, das ich auch im Moment echt cool finde. Aber glaube ich, habe ich ihn noch? Habe ich ihn noch? Ist es der hier? Ah ne, das ist tatsächlich ein Deck, der überhaupt nicht in der Tierliste ist gerade im Moment. Und zwar, ähm, äh, äh, Elemental Mage. Den wollte ich mal ein bisschen testen, weil ich gerade eine Quest auch hatte. Aber das ist tatsächlich nicht so worth. Wir gehen mal rüber zu einem Deck, was ich, ähm, auch relativ gut finde. Und zwar war es eigentlich ein Exodia Mage, den ich euch jetzt hier zeigen möchte. Exodia Mages kennt ihr hundertprozentig. Ähm, das ist halt der Mage, der über, äh, 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 über... Jetzt muss ich ja mal kurz gucken, wo, wo, wo die hier ist. Ist es der Control Mage hier mit Exodia? Ah, genau, das da ist das Deck, was ich tatsächlich zeigen wollte. Vom guten Saviche, ähm, wohl anscheinend meinem, meinem Gesichtsvetter, möchte ich mal sagen. Alter, meine Stimme, die kackt mir gerade echt fast ab. Eigentlich sollte ich jetzt einen Schluck trinken, aber ich habe nichts zu trinken da. Ähm, meinem Gesichtsvetter, jetzt muss ich natürlich hier noch umschalten auf das hier. Das Deck ist relativ gut und es ist auch sehr, sehr lang. Und jetzt entschuldigt mich bitte, ich brauche ganz kurz was zu trinken. Bin sofort wieder da, liebe Leute. Ah, so, wenn man zu viel und zu schnell redet, dann kann es natürlich sehr, sehr schnell sein, dass einem die Stimmbänder abkacken, besonders wenn man davor krank war. So, jetzt also zurück hier zum guten Mage. Ihr seht schon, Open the Waygate ist hier die Mainkarte und man versucht, über eine Kombo zu gewinnen, die besteht aus Archmage Antonidas, na, aus Archmage Antonidas und, ähm, verschiedenen anderen Value-Karten. Tatsächlich habe ich jetzt den hier mit Absicht rausgesucht, weil er halt jetzt nicht über die Kombo spielt, dass man sagt, okay, ich haue jetzt hier 50.000, ahem. Oh, sorry, Leute. Meine Stimme macht hier gerade echt ein bisschen Abgang. Ich haue jetzt hier nicht die 15.000 kleinen Mages raus und, ähm, also hier diese, wie heißen sie denn hier nochmal? Lass mich ganz kurz gucken. Diese, ähm, mhm, 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 da, Sorcerer, normalerweise spielt man ja Sorcerer's Apprentice, dann klont man die Sorcerer's Apprentice über die Molten Reflection, spielt dann Antonidas raus und haut dann den Gegner so lange Feuerballe ins Gesicht, bis er tot ist. Tatsächlich spielt man das so nicht. Nein, man spielt es ein bisschen anders und zwar spielt man das über, also in dem Deck, hoch, in dem Deck, wo ich es euch jetzt hier zeigen möchte, spielt man das hier über, ähm, über verschiedene Karten, wie zum Beispiel Antonidas natürlich, äh, Frostledge, Jaina und sowas und vor allen Dingen auch Kazakus. Das ist halt wirklich, wirklich ein Value-Deck, möchte ich mal sagen. Mit dem hier ziemlich hart den Gegner dann, äh, racken können, äh, später. Ihr seht auch, das ist ein sehr, sehr teures Deck. Es ist wieder ein 14k-Deck, das ist wirklich absolutes Limit, möchte ich mal sagen. Aber was halt die Sache ist, ihr seht, was beim Mage im Moment wichtig ist. Beim Mage ist gerade wichtig, wenn ihr den, äh, wenn ihr den Control-Mage, also hier Open-The-Way-Gate-Mage, Exodia-Mage spielen wollt, spielt ihr natürlich Open-The-Way-Gate, das ist sehr, sehr wichtig, und Antonidas, das sind da die zwei wichtigsten Legendaries. Ähm, wenn ihr natürlich einen Control-Mage spielt, spielt ihr auf jeden Fall, ähm, äh, Frostledge, Jaina, Kazakus, Lich King ist ja auch so eine absolute Control-Karte. Alexstrasia weiß ich jetzt tatsächlich nicht, sie ist zwar ganz gut, aber meiner Meinung nach nicht optimal. Ich finde den Mage tatsächlich sehr, sehr stark gerade in der Meta. Wir haben ja noch ein zweites Deck in Tier 2, was ich euch jetzt gleich vorstellen werde. Und zwar gehen wir mal gleich drüber, jetzt habt ihr das hier mal gesehen, den guten, ähm, Quest-Kazakus-Control-Mage finde ich sehr, sehr stark das Deck. Es ist wirklich, wirklich gut gerade im Moment. Wir schauen uns jetzt noch hier zwei Decks an, und zwar einmal den Tempo-Mage. Der Tempo-Mage ist gerade wirklich eine Value-Sache an sich. Er ist sehr, sehr schnell, er besiegt sehr, sehr viele Decks, und ich sehe gerade, ich muss wieder in die Aufnahme wechseln. Und ist halt wirklich, wirklich krass schnell. So, was ist drin? Babbling Book, ähm, alles Mögliche. Ihr seht, es ist tatsächlich nur eine Legendary drin, die ich tatsächlich reingebaut habe, weil ich finde, dass wir gerade, dass die Meta gerade ein bisschen hart aggressiv ist, und er kann das, diese Aggressivität, wirklich, wirklich stark bremsen. Ähm, dadurch, dass er halt ein 8er für 8 Mana ist mit Taunt, das ist halt wirklich ein fetter Buddy, und gibt euch halt dann meistens noch irgendeine wirklich, wirklich gute Karte, möchte ich sagen. Ansonsten ist keine Legendary drin, liebe Leute, keine einzige, nur ein paar Epics, die halt sehr, sehr gut sind, und spielt halt größtenteils über die Secret-Engine, und dann, äh, haut man halt den Gegner so schnell wie möglich über den Jordan. Wichtige Karten hierbei sind natürlich, Kabal-Crystal-Runner ist eine Rare, ähm, Primordial-Glyph ist meistens so ein bisschen Finisher, ansonsten hat man hier Karten drin, die man auf jeden Fall immer hat, Feuerball oder sowas, und nicht zu vergessen, die Bone-Mare. Final-Spot ist natürlich auch nicht schlecht, aber Bone-Mare ist wahrscheinlich hier wieder eine von diesen Karten, wo man echt sagen muss, die braucht man auf jeden Fall, genauso wie den Arcanologist. In jedem Secret-Mage wird inzwischen der Arcanologist gespielt und der Kirin-Tor-Mage. So, das war also der Tempo-Mage, wir kommen jetzt zum letzten Deck, das ich mit euch hier jetzt kurz, äh, abchecken möchte, dann geht's nochmal an die Karten an sich, ähm, die auch in der Arena gut sind, und, äh, halt so im Grundprinzip nenne ich euch noch ein paar Karten, die halt auch einfach absolut Value sind in den jeweiligen Decks, und, ähm, ja, wir haben hier, ich seh, ich muss gerade mal gucken hier, wenn ich hier in Tier 2 reinguck, sehe ich tatsächlich keinen einzigen Hunter gerade, der Midrange-Hunter ist tatsächlich erst Tier 3. So, wir haben hier den Zoolog. Zoolog ist tatsächlich gerade eine von den Decks, wo ich mich am meisten darüber freue, dass sie wieder funktionieren und sehr, sehr gut funktionieren tatsächlich. Wir haben halt hier keinen klassischen Zoolog mehr, der nur noch, äh, allerhöchstens, äh, Vierer-Kreaturen drin hat mit dem Defender of Argus. Nein, oder besser gesagt, Fünfer-Kreaturen mit dem Doomguard. Aber nein, das ist ein anderer, ähm, ein anderes Deck, und zwar versucht er erst im Early-Game so viel Druck zu machen, dass man dann auf Turn 10 Blood Reaver Gul'dan rausspielt und mit allem nochmal dem Gegner ins Gesicht rennt und ihn damit über den Haufen schmeißt. Tatsächlich empfinde ich das so, dass beim Hexenmeister, der ja in Tier 2 und in Tier 3, nee, in Tier 4 ist er tatsächlich nochmal vorhanden, äh, muss ich einfach sagen, dass der Blood Reaver Gul'dan die wichtigste Legendary ist, genauso wie, wenn ihr wieder ein aggressives Deck spielt natürlich, Patches und Kalluseth sind wieder so zwei Legendaries, die halt absolut Value sind, wenn ihr aggressiv spielen wollt. Und ihr seht tatsächlich wieder, Bonemare ist auf jeden Fall drin, eine ultra gute Karte, die man auf jeden Fall in jedem Deck spielen kann. Spellbreaker ist drin, wenn man halt irgendwie einen fetten Thorn wegmachen muss oder sowas. Firefly ist drin. Das sind halt, das sind wirklich tatsächlich, ihr merkt schon, da sind sehr, sehr viele Karten drin, die man auch aus anderen Decks kennt. Genauso hier, der Fletchling ist drin, den habe ich auch in meinem, in meinem Tempo Rogue mit drin teilweise. Das sind wirklich die Karten, die sehr, sehr wichtig sind für diese aggressiven Decks. So, gut, liebe Leute, das war also jetzt mal so ein ganz großer Überblick von wegen, wie die Meta gerade in Tier 1 und Tier 2 aussieht. Das ist jetzt wirklich Stand Oktober 2017, also jetzt gerade diese, ähm, diese, diesen, ähm, Monat hier, den wir jetzt gerade hatten. Ähm, sehr, sehr krass auf jeden Fall, wie sich die Meta verändert hat, von vier, oder besser gesagt, drei Top-One-Tier-Druids, ähm, die halt mega, mega krass alles einfach gerult haben, zu dieser Tierliste. Wir werden jetzt wirklich noch ein paar einzelne Karten, vielleicht sage ich zu jeder, äh, zu jeder, ähm, zu jedem, äh, äh, Klasse nochmal ein bisschen was so. Und zwar, Karten, die ihr halt wirklich auf jeden Fall braucht, wenn ihr irgendwie, äh, zum Aggro-Druid spielt, sind zum Beispiel Margo Fischer Rye, Power of the Wild braucht ihr auf jeden Fall, Wild Growth für den Ramp, wenn ihr Ramp, äh, wenn ihr ein Ramp-Druid spielt, Blossom, natürlich die ganzen Jade-Karten sind sehr, sehr wichtig, Fandral ist eine sehr, sehr gute Karte, ähm, Swipe braucht ihr immer, habt ihr aber sowieso, Norrish ist ganz arg wichtig für, für den Ramp, wenn ihr Aggro spielen wollt, braucht ihr auf jeden Fall noch Living Mana, das ist auch optimal. Jade Behemoth natürlich, wieder eine Jade-Cardless-Bredding-Plague, würde ich auf jeden Fall auch noch reinpacken, ist super, super gut. Malfurion und natürlich Ultimate Infestation sind, das ist die absolute Blute-Win-Karte, man nennt sie nicht umsonst, die Ultimate-Win-Festation, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Wir machen das jetzt gerade hier mal durch, Alicad ist natürlich super, Fiery Bat muss man nicht spielen, kann auch den Jules Macau spielen, wenn man ein bisschen mit Rangier mit drin sein will, dann hat man natürlich, ein Muss für jedes Hunter-Deck ist der Crackling Razormore, muss man einfach mal sagen, er ist einfach so gut, genauso wie, ähm, Animal Companion und inzwischen auch der Beershark, was ich sehr, sehr lustig finde. Kindly Grandmother sieht man auch sehr, sehr oft, die Hyäne ist nur noch im Aggro-Deck warnt, den Eagle Hornbow wird auf jeden Fall immer gespielt, genauso wie der Deadly Shot, sehr, sehr gute Karte auch auf jeden Fall, aber der Houndmaster sieht man teilweise, nur noch Stitch-Tracker, sehr, sehr gute Karte wird auch auf jeden Fall gespielt, Legendaries hat der Hunter eigentlich nur eine, die gespielt wird und das ist Deathstalker Rexha, ist halt so, 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 das letzte Rettungsseil, möchte ich mal sagen, wenn man gerade so am Sterben ist, mehr oder weniger, weil der Gegner einen auscontrollt und man halt alles Mögliche rausgespielt hat, kann man sich halt damit immer wieder Minions machen, was ihn zu einer ultra, ultra starken Karte macht, ähm, und halt die Savannah High Main. So, bei Mage haben wir eigentlich schon drüber gesprochen, man braucht halt sehr, sehr viele Aggro-Karten, wie zum Beispiel den Mana-Würm, wenn man Tempo-Mage spielen will, Arcan Knowledge ist da in der Hinsicht super gut, Frostbolt hat man ja eh von Anfang an, Arcan Intellect spielt man auf jeden Fall, Kirin Tor Mage, die verschiedenen Secrets kann man auf jeden Fall reinbauen, Feuerball, ach du heiliger, äh, Crystal, äh, Crystal Ding, äh, äh, Firelands Portal spielt man auf jeden Fall, man kann Frostledge Jaina spielen, man kann Antoni das spielen, Paladin habe ich jetzt tatsächlich gar nicht besprochen, es gibt einen sehr, sehr guten Merlock-Paladin, der halt über den, äh, über den Inquisitor hier spielt, der auf jeden Fall über, 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 was spielt er noch hier, genau, Divine Favor, dass man halt Karten nachzieht, Hydrologist ist halt extrem gut, um euch halt immer wieder Secret Value zu geben, das ist wirklich eine sehr, sehr starke Karte, die teilweise wirklich noch unterschätzt wurde, äh, man kann zwar die Grime Street spielen, aber zum Beispiel Spike Red Steed finde ich tatsächlich ein bisschen besser, weil es halt einfach die Kreaturen bufft und damit einen sehr, sehr starken Minion beschwören kann, der halt noch zusätzlich durch irgendwelche anderen Buffs, äh, ge, äh, gestärkt wird, die halt Murlocs betreffen, wenn ihr das auf Murlocs spielt. Beim Priest, ähm, ist es so, dass die Quest meiner Meinung nach nicht so gut ist, spielt auf jeden Fall Norshire Clerics, sie kann euch so viele Karten ziehen teilweise, Radiant Elemental ist sehr, sehr gut, Removal, der Priest hat eigentlich so viel gutes Removal, dass ihr eigentlich auf jeden Fall spielen müsst, weil ihr euch damit so einen großen Vorteil raushandelt, holt euch auf jeden Fall Lyra, sie ist so eine gute Karte, genauso wie, äh, Rasa und auch Anduin, super gute Karten, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, ansonsten Dragonfire Potion, rettet euch sehr, sehr oft gegen aggressive Decks in den Arsch, sehr, sehr gut auf jeden Fall, Backstep gehört auch zu solchen Karten, die einfach richtig, richtig gut sind, Shadowstep gerade mit, Kaliseth ist optimal, Swashburglar ist eine super gute Karte, die auf jeden Fall in jedes Deck gehört, meiner Meinung nach, genauso wie, ähm, wie, 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 was haben wir hier noch, zack, 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 SS7 Agent finde ich sehr, sehr gut, wird immer als One-Off gespielt, mindestens, wenn nicht sogar noch öfter Shivers sind, finde ich sehr, sehr gut, Wildspin Slayer ist halt einfach so ultra, ultra gut, weil sie halt einfach eine 5-Mana-Dude ist, die halt einen Buddy hat und noch eine Kreatur zerstören kann, egal ob Divine Shield oder sonst was, es ist nämlich Destroy und das ist sehr, sehr wichtig, finde ich eine ultra gute Karte im Gegensatz zu anderen Karten, Valeria the Hollow ist okay tatsächlich, aber man sieht sie leider im Moment nicht so wirklich in der Meta, äh, gespielt, das Problem ist, am Schamane, dass es halt wirklich nur diesen Evo-Devo-Schamane gerade im Moment gibt, also Evolution braucht ihr dafür auf jeden Fall und Devolution braucht ihr auf jeden Fall Flametank-Totem ist sehr wichtig, Jadeclaw ist sehr wichtig, ihr packt halt das ganze Jade-Package tatsächlich noch mit rein, ich würde euch empfehlen, einen Frog oder zwei mitzunehmen, auf jeden Fall Bloodlust, falls ihr es schafft, im aggressiven Early-Game euren Gegner zu overwhelmen, da ist das schon nicht schlecht, muss ich sagen, ähm, beim Warlock sind solche Sachen wie Flame-Impf auf jeden Fall nötig, liebe Leute, Maltes ist das eben natürlich nur, wenn ihr eine Discard-Ding mit drin habt, auf jeden Fall der Voidwalker mit rein, bei dem Control-Warlock auf jeden Fall die Fall mit reinpacken, das ist sehr, sehr wichtig, ähm, ansonsten, Darkshire Councilman ist eine Value-Karte, der kann ultra viel Schaden machen, wenn es sein muss, wenn, wenn ihr halt genug Minions schafft, draus zu spielen, natürlich Removal reinpacken im Control-Warlock, Discipled Dreadlord ist eine super starke Karte, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr es irgendwie in der, in einem Aggro-Deck oder auch im Control-Deck spielt, weil er halt einfach euren Gegner, ähm, das Sport immer schwächt und hat sich für 5 Mana, 4, 5 und macht auch automatisch einen Schaden, ist auf jeden Fall super, super gut. Doomguard ist auch natürlich eine schöne Karte, die man sehr, sehr gerne spielt in einem aggressiven Deck, ihr müsst nur aufpassen, dass der Discard hier nicht falsch triggert. Die ganzen Infernals, oder was ich gesagt, Dread Infernal und der Abyssal Enforcer sind tatsächlich Karten, die man bei dem Control-Deck spielt, sehr, sehr gut auch, werden auch wieder beschworen durch unsere Legendary, die man eigentlich so gut wie in jedem Warlock-Deck spielt, gerade im Moment, Blood, River, Gul'dan, kann ich euch wirklich nur empfehlen, ist sehr, sehr stark, seine Hero-Ability ist einfach nur sick, weil sie healt mehr als die Hero-Ability vom Priest und macht mehr Damage als die Hero-Ability vom Hunter. Super, super geil, geiler Hero, muss ich ganz ehrlich mal sagen. So, wir gehen weiter zum Warrior. Der Warrior hat tatsächlich im Moment nur ein Meta-Deck und das ist also Meta-Deck Tier 1, Tier 2 und das ist tatsächlich nur der Pirate-Warrior, da gehört natürlich der First mit rein, Upgrade gehört rein, es gehört inzwischen tatsächlich auch Ding mit rein, Kalluseth mit rein, habe ich schon teilweise gesehen, natürlich hier Bloodsail Cultist, die ganzen Piraten halt, Wrothing, oh mein Gott, Wrothing Berserker kommt auf jeden Fall rein, also der Berserker hier, die Fire Rewards ist inzwischen leider raus, muss man ja so sagen, also ich finde es tatsächlich schade, dass sie draußen ist, aber es ist sehr, sehr wichtig. Crocron Elite kommt auf jeden Fall rein, Arcanite Reaper kommt auf jeden Fall rein, Mortal Strike kann man spielen, man kann natürlich auch noch so Late-Game-Karten spielen, aber das macht man tatsächlich eigentlich gar nicht. Ich glaube, ich habe sogar letztens einen gesehen, wo Garrosh nochmal gespielt hat, aber das war keine wirklich gute Karte. So, wir kommen zu den Neutrals, bei den Neutrals gibt es halt sehr, sehr viele Karten, die tatsächlich drin sind. Das hier ist zum Beispiel optimal, die zwei hier für Aggro-Decks, dann sieht man natürlich hier, Firefly wird auch in den meisten Decks gespielt, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, macht euch da zwei Stück, die wird wirklich in den meisten Decks gespielt, einfach weil sie doppelt ein Buddy hat. Patches ist super, super gut, eine der besten Legendaries, meiner Meinung nach, die man spielen kann, einfach weil sie einfach Turn 1 macht sie einfach ein Damage schon direkt, wenn ihr einen Piraten rausgespielt habt und das ist super, super gut. Ich kann es euch wirklich ans Herz legen, spielt Patches, sie ist eine der besten Legendaries, sonst würde man sie nicht in den meisten Decks spielen. Im Control-Match-Up könnt ihr auch sehr, sehr gut Mistress of Mixtures spielen, ist auch eine sehr, sehr gute Karte, hat einen kleinen, besseren Buddy, aber hielt halt beide für vieles auf sie, der kennt ihr auch nochmal für die Pirate-Kombo. Hier ist der Us, von dem ich vorhin gesprochen habe, der wird leider nicht mehr so oft gespielt, ist aber tatsächlich immer noch meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Karte. Doom-Sayer wird sehr, sehr viel in der Meta gerade gespielt, um Early-Game zu verhindern, wenn man ihn auf Turn 2 raus spielt. Können Gegner sehr, sehr oft sehr, sehr wenig machen dagegen. Wir haben Thalnos mit dabei, Thalnos ist ein ultra guter Dude, der halt für zwei Mana 1-1 ist, Spell-Damage macht und Deathrattle noch dazu. Damit kann man meistens irgendwie was handeln. Gulaka Crawler, die Value-Krabbe, die gerade sich durch die Meta kriecht, die gerade durch die Meta krabbelt. Super gute Karte, zerstörten Piraten und kriegt 1-1 dazu für zwei Mana in 3-4 und zerstörten Ding mit eingebauten Removal ist eigentlich top. Empfehle ich euch auf jeden Fall, spielt die in jedem Deck, wo ihr sie spielen könnt und wollt. Super gute Karte, Prince Kalliseth, eine der Meta-Rocker auch nochmal. Zwei Mana, zwei, zwei Aluminions in unserem Deck werden plus eins, plus eins. Wenn wir außer ihm keine Two-Cost-Card in unserem Deck haben, super, super gut. Kann ich euch nur in jedem Agro-Deck tatsächlich empfehlen. Entschuldige nochmal, Acolyte of Pain, sehr, sehr gut zum Karten ziehen. Kann ich euch nur empfehlen, hier auch in diesen verschiedenen Decks zu spielen. Wenn ihr Heal braucht, spielt auf jeden Fall den Earthen Ring Farseer. Auch eine unendlich starke Karte. Wir müssen jetzt hier mal ein bisschen durchgehen. Fürs Murloc-Deck, auf jeden Fall Murloc Warleader. Spielt man hundertprozentig, kann es euch wirklich nur empfehlen. Wenn ihr Miracle mal ein bisschen Miracle Rogue spielen wollt, spielt Questing Adventure. Auch eine sehr, sehr gute Karte. Sieht man auch immer wieder öfters. Stonehill Defender, richtig, richtig starke Karte. Bringt euch halt einen 3-Mana-1 für Buddy aufs Board. Und dazu dürft ihr noch eine extra Karte ziehen. Bringt euch halt zu Quart Adventures. Super gut. Der South Sea Captain für die Pirate-Kombo. Richtig gut, wenn man ihn rauskriegt und schon ein paar Piraten auf dem Board hat. Kann man halt damit ultra, ultra viel Damage rausbringen. Finde ich echt cool. Wird auch in der Wild-Meta ein bisschen mehr gespielt, gerade im Moment. Dann haben wir den Tar-Creeper hier an der Stelle. Tar-Creeper ist auch eine echt gute Karte, muss ich sagen. Er ist der Defender, der Buddy eigentlich mehr oder weniger im 3-Slot. Er ist 3-Mana-1-5 oder besser gesagt 3-Mana-3-5, weil er ja ein Defender eigentlich mehr oder weniger ist. Der halt, wenn der Gegner angreift, einfach 3 Damage macht und das ist super, super gut, Leute. Spielt ihn in jedem controlligen Deck. Er ist ultra, ultra stark. Ich kann ihn euch wirklich nur ans Herz legen an dieser Stelle. Fletchling, die Karte, die in der Arena ein bisschen gebannt wurde, sieht man tatsächlich in letzter Zeit ein bisschen seltener, weil er halt einfach, er frisst einfach direkt immer irgendwas, weil er halt so stark ist. Aber das macht ihn tatsächlich auch ein bisschen attraktiv, muss man dazu sagen, weil man sagen kann, okay, hey, Fletchling, der frisst auf jeden Fall irgendwas. Vielleicht kann ich damit irgendwas anders saven. Deswegen ist er auf jeden Fall sehr, sehr gut. Bei uns wird gerade im Big Priest immer sehr, sehr gerne gespielt, um was Fettes rauszuziehen. Corpse-Taker habe ich euch ja vorgestellt in unserem guten Korps-Rogue. Ansonsten Phoenix kann man spielen, man kann den Dreadcore sehr im Pirate-Rogue spielen oder im Pirate-Warrior. Gentle Megasaw für das Murloc-Deck auf jeden Fall. Die Jades dürfen natürlich nicht fehlen. Kazakus darf auf jeden Fall nicht fehlen. Dann haben wir hier noch Serenite-Jane-Gang, sehr, sehr gute Karte tatsächlich im Evo-Devo-Deck, einfach weil wir hier vier Mana 2-3 haben oder besser gesagt vier Mana 4-6. Die beiden werden dann evolved und können das für 5-Drops geben. Spell-Breaker sehr, sehr gut, um im Agro-Deck einen Thorn wegzumachen. Twilight Drake wird gerade auch im Priest gespielt, teilweise einfach, weil er einen sehr, sehr guten Body hat, wenn man genug Karten auf der Hand hat. Auch im Agro-Deck sehr, sehr gut ist die Bittertide Hydra, wird auch sehr, sehr viel gespielt, aber passt damit ein bisschen auf, sonst kriegt ihr da meistens sehr, sehr viel auf die Klappe. Kobalt-Scale-Band ist auch noch die Karte, über die ich unbedingt reden muss. 5 Mana, 5-5 und gibt am Ende des Zuges eine freundlichen Kreatur plus 3 Attack. Das heißt also, wir haben hier theoretisch 5 Mana, 8-5, was sehr, sehr gute Stats sind tatsächlich, liebe Leute. Sie wird auch in den meisten Agro-Decks gerade im Moment gespielt, einfach weil sie diesen guten Body hat und dazu halt auch noch Buffs verteilt. Wenn sie also nicht gehandelt werden kann, ist es meistens schon zu spät für den Gegner. Sehr, sehr gute Karte, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Double Gangster wird im Evo-Devo-Deck, Deck gespielt. Finja, das sieht man eigentlich gerade sehr, sehr selten. Leeroy wird noch ein bisschen im Agro-Deck gespielt. Hier haben wir nichts tatsächlich, was gespielt wird. Hier haben wir was, was wir eben im Elemental-Shaman des Öfteren sehen, tatsächlich auch im Elemental-Mage. Ah ja, Blackpaw, die Karte, die auf jeden Fall in jedes Jade-Deck rein muss, liebe Leute. Super gute Karte. Ist auf jeden Fall der absolute Renner, möchte ich mal sagen. Org-Genier sieht man tatsächlich auch in letzter Zeit ein bisschen weniger wieder, weil es halt ein bisschen eine aggressivere Meta geworden ist. Blaze Caller auch für jedes, 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 jedes Ding-Deck hier optimal, für jedes, was wollte ich jetzt nochmal hier sagen, für jedes Elemental-Deck optimal, genauso wie das Skull King-Geist. Er muss in jedes Deck reinkommen, mindestens einmal, weil wenn man gegen New Evo-Devo spielt oder tatsächlich gegen einen Jade, ist er halt einfach der absolute Burner. Bonemare, die Karte, die muss in jedes Deck rein, sie ist so unendlich stark, holt sie euch auf jeden Fall zweimal. Super gute Karte, kann ich euch nur so sagen. Ansonsten Medivh, sehr, sehr gut, Primordial Drake ist ein mit eingebauten Removal, super gute Karte, 4-8 mit Taunt für 8 Mana, auf jeden Fall sehr, sehr gute Karte, möchte ich sagen. Lich King ist eine Value-Karte, schlechthin, 8 Mana, 8-8 mit einem fetten Body und Taunt und gibt euch eine Death Knight-Karte, die halt auch absolut krass ist, liebe Leute, kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen, super gute Karte, braucht auch nicht in Gold, aber sie ist einfach absolut stark. So, Nisof natürlich, wenn ihr ein Deathrattle-Deck spielt und ja, das war es tatsächlich, liebe Leute. Jetzt haben wir hier sehr, sehr viele Karten hier aufgezählt, die halt gut sind im Moment in der Meta in verschiedenen Decks. Ich weiß, es war jetzt ein bisschen viel und jetzt noch ganz kurz hier, welche Karte solltet ihr auf jeden Fall euch aus eurem Staub machen? Ich möchte hier jetzt ganz grob, glaube ich, 5 Karten anführen, die ich euch sagen werde. Oder besser gesagt, wir machen, nee, wir machen es an, dass ich es für euch 6 Karten an, die ihr auf jeden Fall haben solltet und zwar im, äh, sag ich euch, 3 Stück für ein Agro-Deck und 3 Stück für ein Control-Deck und zwar sind es meistens Neutral-Karten, einfach weil die praktischer sind. Die anderen könnt ihr dann halt aus den Decks rauslesen, die ich euch halt vorgestellt habe. Und zwar, 3 Karten für das Agro-Deck ist auf jeden Fall Nummer 1 ist der gute Patches. Patches ist einfach die Value-Karte schlechthin, liebe Leute. Holt ihn euch, er ist super, super geil. Nummer 1 für Agro. Nummer 2 für Agro ist auf jeden Fall die Bone Mare. Bone Mare ist in jedem Agro-Deck der absolute Renner und auch in jedem Control-Deck der absolute Renner. Damit mache ich gleich 2 Striche, also 1 Strich auf jeder Seite. Das ist für mich vollkommen in Ordnung. Es ist einfach, das ist einfach die ultimativ gute Karte, möchte ich mal sagen. Holt sie euch auch auf jeden Fall super gut, mit der könnt ihr so unendlich viel machen. So, fürs Agro-Deck gucken wir tatsächlich auch nochmal hier in die Tempo-Decks rein und zwar würde ich tatsächlich euch wahrscheinlich empfehlen, entweder Kalluseth oder eine Firefly. Ich habe euch jetzt tatsächlich die 2 Vorschläge gemacht, weil es hier ein bisschen schwieriger ist. Man spielt tatsächlich in jedem Agro-Deck beide, einfach weil die 2 gerade so unendlich viel Value machen. Ich sage euch jetzt einfach die 2, weil ich meine es natürlich gut mit euch und sie sind halt beide einfach ultra stark. Man hat mit Kalluseth hat man halt den Buff auf allen drauf, man hat mit der Firefly hat man halt einen guten Early-Game-Body, kann man auf jeden Fall beide drin spielen. So, wir gehen rüber zum Control-Match-Up im Control, spielt man meistens etwas weniger Kreaturen. Das heißt also, wir müssen ja auf jeden Fall gucken, wie man hier ein paar gute Kreaturen finden kann und tatsächlich empfehle ich euch bei guten Kreaturen, wenn möglich, Kaserkes. Kaserkes kann nicht in jedem Deck gespielt werden, ich weiß, aber er ist einfach so eine unendlich starke Karte, einfach weil er euch ein Spell generiert, mit dem ihr einfach so mega viel wegmachen könnt oder halt zu Schafe verwandeln oder euch wieder Kreaturen aufs Board holen oder alles mögliche. Ist die ultimative Karte, die kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr gerade in so einer Richtung seid. Spielt sie auf jeden Fall, craftet sie euch oder sonst irgendwie was sie super super stark gerade in der Meta, ich kann es euch wirklich nur empfehlen. So, noch die letzte Karte, wenn ihr so ein bisschen Late-Game-ig oder Mid-Range-ig unterwegs seid, empfehle ich euch auf jeden Fall Aya. Ich weiß, ich empfehle euch hier meistens gerade Legendaries, aber das liegt halt daran, weil sie einfach die meisten Value haben. Ansonsten, wenn ihr Druid spielt oder sowas spielt, gerne Ultimate Infestation. Sie ist super gut, macht euch so ein bisschen Mid-Range-ig, ein bisschen Mid-Range-ig, Controlling, ist natürlich Deathstalker, Rexha, ultimativ gut, möchte ich mal sagen. Genauso ist dasselbe mit Jaina und alles mögliche. Also die Death Knights, außer natürlich hier der gute Paladin irgendwie, sind tatsächlich sehr, sehr gut und auch der Warrior ist nicht so gut. Ansonsten sind sie sehr, sehr gut und ich empfehle sie euch tatsächlich alle. Und ansonsten guckt halt, dass ihr spezifisch, wenn ihr Control spielen wollt, eine gute Karte habt, ein sehr, sehr gutes Removal. Bestes Beispiel hier ist wieder der Priest mit sechs Mana, hier Dragonfire Potion, bei Mage ist es nichts anderes mit dem Blizzard, super gutes Removal, kann ich euch empfehlen. Und genauso ist es beim Hexenmeister, das Hellfire. Board Removal ist sehr, sehr wichtig gerade im Moment in der Meta und das sind so die Karten, die ich euch tatsächlich empfehle, die ihr euch craften solltet, die in eure Decks rein sollten. Ansonsten guckt euch gerne meine Decks an, ihr findet die auch auf halfpoint.com slash scrolled, also scrolled mit hinten dran. Da findet ihr auch meine Decks und da seht ihr auch, wie die meistens aufgebaut sind. So, das ist jetzt so das Grundprinzip gewesen. Ich werde euch jetzt noch ein paar Sachen zeigen zu Arena. Welche Karten können in der Arena sehr, sehr viel Value rausbringen? Das sind tatsächlich, meiner Meinung nach, meistens sehr, sehr unterschiedliche Karten und zwar möchte ich euch jetzt einfach mal zeigen bei den Neutral Karten und zwar eins der besten Beispiele ist zum Beispiel der Big Time Racketeer. Er ist 6 Mana, 7, 7 einfach dadurch, dass er halt einen Ogre damit sammelt und das ist einfach eine ultimativ gute Karte. Die könnt ihr auf jeden Fall immer picken. Sucht euch Leute mit guten Stuts hinten, mit guten defensiven Stuts aus. Ihr könnt aber auch ein bisschen aggressiver spielen und dann irgendwie zum Beispiel so, gerade wenn ihr einen Druid habt oder sowas, könnt ihr dann gerade halt irgendwie was im Early Game ziehen oder sonst was hier wie so ein Enchanted Raven oder sowas. Guckt einfach, dass die Stuts stimmen und dass ihr möglichst viele Kombinationen habt. Sowas wie Enchanted Raven plus Margarve Yisharai. Top, Top Combo. Wirklich, wirklich top, 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 top. Genauso wie hier nochmal, um auf das Beispiel zurückzukommen, Big Time Racketeer im Schaman spielen und dann mit dem Schaman einfach hier ein Evolution, Devolution drauf spielen und man hat einfach zwei Sieben, Siebener auf dem Board. Das ist richtig, richtig stark. Ansonsten, sehr, sehr gut ist auch noch der Ooze. Wir machen das mal schnell weg hier. Der Ooze ist sehr, sehr gut, einfach weil er euch eine richtig, richtig gute Waffe zerstören kann, was euch Value wieder bringen kann. Ihr solltet versuchen, Sticky Minions zu spielen. Sticky Minions sind Minions, die, wenn sie sterben, wieder was Neues beschwören. Sowas wie, oder die halt was beschwören, wenn sie aufs Board kommen. Dann genauso Sachen, die euch halt Card Value geben, wie Sharko zum Beispiel ist sehr, sehr gut, wie das Washburgler ist sehr, sehr gut. Das sind halt alles Karten, die euch Karten ersetzen. Ihr müsst euch in der Arena ein bisschen Kartenvorteil machen und das ist auch im Rank sehr, sehr wichtig und damit könnt ihr eigentlich schon relativ viel erreichen. Das war jetzt sehr, sehr viel Input. Es sind auch 50 Minuten tatsächlich draufgegangen für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was geholfen. Ich hoffe, euch hat dieses ganze Guide-System hier ein bisschen geholfen. Wenn ja, könnt ihr mir das sehr, sehr gerne zeigen. Über einen Daumen nach oben, schreibt was Schönes in die Kommentare. Vergesst natürlich nicht zu abonnieren und dann hätte ich mal gesagt, haut rein, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal dann. Türelü!